Hallo, der Futteronkel Christian hier. Schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Video geht es um die drei häufigsten Fehler bei der Hundefütterung. Vorab eine kleine Bitte an dich. Wenn dir das Video gefällt, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Außerdem tust du mir einen großen Gefallen damit, wenn du den Kanal abonnierst und am besten auch die Benachrichtigungsglocke anmachst. Ja, dann bekommst du immer sofort die Information, wenn ein neues Video von mir verfügbar ist und du zeigst mir damit, dass dir meine Videos gut gefallen und ich so also auch mehr Videos für dich produzieren soll. Ja, aber fangen wir mal an mit Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 1 ist, dass du Nass- und Trockenfutter in einer Mahlzeit mischst. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn du morgens das eine und abends das andere fütterst, aber du solltest es eben nicht in einer Mahlzeit zusammen im Napp füttern. Warum ist das so? Nass- und Trockenfutter haben ganz unterschiedliche Verdauungszeiten. Also das Trockenfutter muss vom Magen deutlich mehr und weiter verarbeitet werden. Also es braucht einfach viel, viel länger, bis es für den nächsten Darmabschnitt vorbereitet ist. Und wenn jetzt das Futter nass und trocken, dabei ist es egal, ob du jetzt Rationen selbst kochst oder barfst und das Trockenfutter dazu machst, ja, wenn das zusammen im Magen ankommt, dann wird eben eins von beiden entweder zu früh oder zu spät in den nächsten Darmabschnitt weitergeleitet und das führt auf jeden Fall zu Fehlverdauung. Das heißt jetzt nicht, dass dein Hund unbedingt mit Durchfall oder Blähungen oder dergleichen reagieren muss. Das heißt, du musst es ihm noch nicht mal anmerken, aber es kommt eben zu diesen Fehlverdauungen und die sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ja, Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer zwei ist, dass du immer zur selben und zwar zur exakt selben Uhrzeit fütterst. Ich kenne tatsächlich Hundehalter, da geht es um 17.30 Uhr nach Hause, weil der Hund muss ja gefüttert werden. Um 18 Uhr erwartet er sein Futter. Ja, und das hat zwei Komponenten, warum du das nicht tun solltest. Erstens, ja, der Organismus gewöhnt sich daran, dass es immer zur selben Zeit Futter bekommt, dass er immer zur selben Zeit Futter bekommt. Ja, und was passiert? Der Magen produziert schon Magensäure in Erwartung des gleichkommenden Futters. Jetzt kommt aber kein Futter, weil du bist im Urlaub oder ihr seid in einem Restaurant auf einer längeren Wanderung. Warum auch immer, es kommt eben jetzt, wie erwartet mal, kein Futter. Ja, aber der Magen produziert die Magensäure, hat aber nichts zu tun. Und wenn es jetzt noch ein Stück dauert, bis eben die Fütterung dann tatsächlich eintrifft, ja, dann kann das sogar zu Magenschleimhautentzündungen führen und das wollen wir ja vermeiden. Ja, und ein Effekt hat es auch noch, abhängig vom Charakter deines Hundes, ja, wenn er auf sein Futter wartet, weil es ist jetzt 18 Uhr und er weiß, es gibt immer um 18 Uhr Fressen und jetzt gibt es das eben mal nicht, ja, je nach Charakter deines Hundes kann er das dann eben auch einfordern, weil er will jetzt was fressen und wenn ihr dann eben im Restaurant oder wo auch immer seid und dein Hund hat einen entsprechenden Charakter und kann das nachdrückend fordern, ja, dann hast du eben wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß in dem Moment. Also daher meine Empfehlung, variiere so ein bisschen die Fütterungszeit. Das müssen jetzt keine zwei, drei Stunden sein, aber immer mal ein bisschen früher, ein bisschen später. Vollkommen in Ordnung. Ja, last but not least, Fehler Nummer drei. Das Futter immer zur freien Verfügung stehen lassen. Das betrifft hauptsächlich die Trockenfutterfütterer, denn mit Nassfutter oder mit Barf macht man das eh nicht so gerne, aber man sollte auch das Trockenfutter nicht den ganzen Tag zur freien Verfügung hinstellen. Also es heißt morgens die Futterration für den Tag einfach in den Napf und der Hund nimmt sich dann schon das, was er braucht, über den Tag verteilt. Das hat viele Gründe. Einer davon ist, dass es, ja, es widerspricht, ist wieder der Natur des Hundes, dass das Futter immer zur freien Verfügung ist. Es ist ja ohnehin ein Luxus, dem der Hund auch zusteht, aber es ist ja ein Luxus, dass das Futter ohnehin, ohne Arbeit einfach da ist. Und wenn es jetzt auch noch immer zur freien Verfügung ist, ja, dann verliert es den Wert, den es natürlicherweise haben sollte. Und es kann dann auch dazu führen, dass dein Hund irgendwann zu einem mäkeligen Fresser wird. Wozu es auf jeden Fall führt, wenn dein Hund über den ganzen Tag verteilt sich sein Futter nehmen kann, dass der Organismus auch eben den ganzen Tag mit Verdauungsarbeit beschäftigt ist. Und das ist auch nicht natürlich und auf Dauer muss das auch nicht zwingend gesund sein. Also von daher meine Empfehlung, morgens und abends füttern, das Futter hinstellen, dann hat der Hund fünf Minuten Zeit, es aufzufressen und was dann auch nicht weg aufgefressen ist. Und schau auf die Uhr, also fünf Minuten ist echt super lang. Ja, nach fünf Minuten kommt das Futter einfach weg. Und es gibt dann am Abend wieder die nächste Ration, die es ohnehin gegeben hätte. Ja, das waren die drei häufigsten Fehler, die es zu vermeiden gilt bei der Hundefütterung. Nochmal, wenn dir das Video gut gefallen hat, dann lass den Daumen nach oben da, klick auf Abonnieren, da tust du mir einen ganz, ganz großen Gefallen. Und wenn du Ideen oder Wünsche hast, die ich in Videos für dich einfließen lassen soll, also irgendetwas, das ich dir erläutern darf, dann lass es mich wissen, schreib es gerne unten in die Kommentare, dann greife ich es auf und setze es in dem Video für dich um. Bis dahin, dein Futterongel Christian.